was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute geht es darum wie du die optimalen gopro settings findet damit auch deine videos richtig gut aussehen ja ich habe gemerkt auf meinem neuen instagram kanal dass immer mehr leute mit youtube anfangen und besonders viele kids oder leute die vielleicht noch nicht so viel erfahrung haben und deswegen kriegst du eine kleine einführung wie du das beste meiner meinung nach aus diesem kleinen ding hier raus holt und ich zeige dir eins zu eins meine einstellungen die ich mache und erkläre dir warum ich diese einstellung gewählt als allererstes kannst du ein standard profil anlegen ich probiere ich verwende zwei verschiedene profile und zwar einmal ein standard was ich auf dem bike benutze und ein zweites was ich benutze wenn ich zum beispiel so ein bisschen bloggen will oder so wir fangen mit dem standard ding an das bedeutet standard view geht hier auf die bearbeitung ich filme in auflösung 4k 30 frames pro sekunde fps bilder also frames per second bilder pro sekunde 30 ist so das cinematischste ok wenn du jetzt dir vorstellst du siehst so eine bewegung hier dann ist diese bewegung immer so ein bisschen verschwommen durch dein menschliches auge wenn du jetzt aber mit super vielen frames filmst dann ist das super super klar wenn du bilder aus diesen aus diesen videos nehmen willst dann empfehle ich dir mehr frames zu benutzen oder wenn du slow motion machen möchtest dann brauchst du einfach mehr bilder die sekunde das heißt wenn du zum beispiel 50 prozent runter slowen möchtest dann brauchst du mindestens 60 frames pro sekunde wenn du 25 prozent weniger geschwindigkeit also slow motion machen möchtest dann brauchst du 120 bilder die sekunde deswegen versucht oder 100 bilder die sekunde je nachdem was du für ein projekt verwendest objektiv verwende ich die super view weil ich gerne möchte dass man möglichst viel vom trail sieht und möglichst viel noch vom bike damit man sieht wie das bike reagiert und so weiter hypersmooth kann man in der variante bei der gopro hero black 8 anschalten und hypersmooth super gut super schön nicht verwackelt dann bitrate auf jeden fall im hoch damit ihr nicht so kleine störer oder so kleine artefakte irgendwie in den blättern und so weiter sieht verschlusszeitschloss lasse ich in auto das macht die relativ gut belichtungshöhe tour habe ich minus 0,5 gemacht weil man sieht oft auf der gopro so kleine ausgebrannte flecken und das wollte ich unbedingt vermeiden weiß abgleich macht die gopro schon ziemlich ziemlich gut deswegen auch der weiß abgleich weiterhin in auto die iso ist zwischen 100 und 1600 alles darüber katastrophe also low light ist sie einfach wirklich wirklich nicht so gut die gopro deswegen guckt dass sie in guten lichtverhältnissen filmt schärfe habe ich auf mittel weil ich fand das hohe macht das bild unnatürlich und es sieht nicht so schön aus deswegen schärfe auf mittel gopro farbe auf standard weil ich finde die gopro macht das schon ziemlich ziemlich gut und meistens lege ich einfach nur noch ein glatt oben drüber und muss gar nicht viel machen maximal die ausgebrannten stellen so ein bisschen die die bisschen die höhen ein bisschen runter und die tiefen noch ein bisschen nachziehen aber sonst ist das bild schon richtig richtig gut finde ich aus der gopro raus raw audio habe ich aus windreduktion habe ich auf auto ich glaube ich muss hier so ein dead cat noch besorgen das ist so ein windschutz und das ist nicht so ganz optimal also die windreduktion auf der gopro selber ist nicht optimal und ihr könnt nicht dann denken dass ihr gar keine windgeräusche habt aber wenn ihr während der fahrt sprecht dann filtert die gopro ziemlich gut eure sprache raus und ihr habt dann weniger hintergrundgeräusche also das kann sie ziemlich ziemlich gut das sind meine voreinstellungen für auf dem bike auf dem bike verwende ich dann zwei verschiedene mounts ich habe das chesty da sieht man dann ziemlich ziemlich viel vom bike und ich finde das ist die beste mir meiner meinung nach die beste perspektive mir gefällt diese perspektive super super gut mir ist immer wichtig bei den videos dass man das bike sieht und auch den trail und deswegen die chest mount allerdings sieht einfach die umgebung ziemlich low aus also downhill strecken sehen ziemlich läppig aus sprünge sehen nicht so krass aus und ich finde das sieht beim helm mount besser aus das heißt ich habe unter meinem visier ein helm mount der nachteil ist dabei finde ich dass man weniger von den armen sieht und weniger schön was etwas von der umgebung wenn es allerdings nur ums fahren geht dass man steile passagen steil aussehen lassen möchte würde ich empfehlen das an den helm zu machen und nicht ganz chesty also das sind die zwei varianten die ich verwende und mit denen bin ich auch ziemlich happy dann habe ich den kino modus auf der gopro das ist sozusagen vor installiertes objektiv der größte unterschied ist das objektiv weil ich da auf linear gehe und auf linear ist dann einfach so ein bisschen nicht so super eklig weitwinklig so dass ich da das bild dann super super hässlich gestaltet und das gesicht verzieht und so weiter bitrate habe ich dort auch auf hoch und der rest ist eigentlich genau gleich ich sehe gerade die schärfe habe ich falsch ich habe nochmal auf mittel ja aber der rest ist exakt gleich dass der einzige unterschied ist wenn du vloggen möchtest auf der gopro versuche auf jeden fall dass du das digitale objektiv ändert in linear es sieht einfach viel viel schöner aus und du hast nicht so komisch lang gezogen dein gesicht oder sonst irgendetwas ansonsten probiere dich selbst ein bisschen aus die gopro kann ziemlich coole shots ich weiß nicht ob du das gesehen hast ich habe mal so ein bike wash gefilmt und bin dann so durch die gabel und solche sachen gegangen das sind alles sachen die kannst du mit so einer kleinen action cam super machen und damit kreative aufnahmen gestalten probiere dich da ein bisschen aus und ich bin mir sicher du findest da ziemlich schnell deinen style und ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen außerdem versuch auf youtube unbedingt 16 zu 9 videos zu posten youtube ist ja immer noch eine plattform meiner meinung nach da nimmt man sich zeit ein video in schön und in groß anzugucken und wenn du das dann in so einem kleinen 4 zu 5 machst oder sogar 9 zu 16 das sieht einfach nicht so gut aus und es ist nicht so schön auf dem handy vielleicht im hochkantformat aber ich bin immer noch der meinung das youtube ein format ist für 16 zu 9 wo man sich zeit nimmt und das ganze einfach ja genießt was ihr euch da anschaut ich hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen und wünsche viel erfolg beim gestalten deiner eigenen videos wir sehen uns im nächsten video bald wieder lasst mir gerne ein abo da bis bald macht gut tschau